Die Sagrada Familia, eine Kathedrale mitten in unserer Zeit. Sie wird gerade gebohrt. Seit über 100 Jahren schon. Wie sollen Gaudi's visionen verwirklicht werden? Ist die Sagrada Familia ein unantastbares Kunstwerk, das auf Nidin ans Genies basiert und letztlich nur von ihm selber fertiggestellt werden dürfte? Für wen bauen wir Kathedralen, Tempel, Moscheen? Wofür? Die Sagrada Familia, ob sie jemals vollendet sein wird? Die Sagrada Familia, was Gaudi? Untertitelung des ZDF, 2020